So, weiter geht's, noch genug Platz und wir machen's doch in Lohnerspitze. Dann müsste der inkompetente Mönch da mal hinreisen. War schon dabei, also. Und nein, ich kann die Mission nicht waschen. Waschen? Ach, das war ja die Scheiße, hab ich mich waschen lassen für 2P. Ja eben, ich lass mich da auch mal waschen, aber ich kann's nicht waschen. Du sollst die Mission nicht waschen, du sollst die rushen. Ich hab jetzt im Nachhinein noch einen Spruch erwartet wie, aber als weil die wäschte dich doch nicht mal. Das hast du jetzt gesagt. Echt? Ich weiß, was hat's eigentlich für so einen Zacken Martin sowas immer. Ach genau, Martin hast du für den Mox jetzt eine schon stärkere Ehrung, sonst kann ich dir noch eins geben, einfach so. Ich hab gar nichts für Mox an dir. Yay, Lebenskraft Drohne. Helden-Skill ist unnötig. Ja eben, seh ich nämlich auch so. Ja, aber wenigstens, sonst sonst was kriegt. Lass einfach loslegen. Warte, ich bin grad im Handel. Soll ich das aber auch ohne einbauen? Soll ich was am Bogen machen, oder? Die Uhrweg-Sensor hat überhaupt keinen Slot. Nee, warum gar nicht? Also, brauchst du das nicht. Ja, dann Gefieder. Na ja, gut dann, ja. Ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit zu abkassieren. Ja, dann los jetzt. Ich warte. Oh Gott. Oh, wir werden fahren, das kann ich hin. Geht doch. Ja, ja. Eigentlich müsstest du jetzt noch auf Mox und Lina warten. Ja, die können nicht. Die sind nicht so eingerückt. Die sind nicht so eingerückt. Die waren 9000. Immer noch warten. Weil wir Arena nicht kriegt das mit und doch immer helfen sind bereit. Ich glaub, bis dahin haben die Server schon Daumen. Hier machen wir mit Bonus, ne? Das ist der Bonus. Hey, hab ich früher mal gefahren. Die Festhalle zu den Geistern bringen. Cool. Der erste Geist ist hier rechts. Ach stimmt, genau. Da konnte man auch als Elefarm da hinten lang laufen und dann da hinten alles pullen und ach na. Ja, wir können jetzt erstmal hier rechts lang gehen und dann den ersten Geist schon mal haben. Das war das einzige, was der jetzt Krieger mit Farmen hingekriegt hatte. Die gehen wieder auf den Nerven, die war heilig. Oh ja. Und Lina durften so auf den Nerven gehen, weil zwei die sind. Und warum wird immer noch nicht Level 17? Ja, geht. Was hab ich denn? 16 Prozent. Ja, das reicht schon. Wir können direkt wieder weggehen. Sobald der Typ aufsteht, können wir weg. Echt? Stirbt er nicht? So, so. Scheißegal, der Typ muss nur aufstehen. Ich habe eine Splitte, Mine, ich habe eine Splitte. Lass die fallen. Ach, das schon fallen lassen. Ha, hab ich einfach kaputt und blutet. Ich könnte sie entfernen. Ist aber zu einfach. Okay. Tja. Ich zieh mal was raus da. Wie kann bitte Mox bluten? Vielleicht läuft Getriebeflüssigkeit aus? Ja. Öl. Die folgen mir nicht so weit. Kommt her, Juntaun. Folgt dir grad alles, oder? Nein. Ich wollte drei haben. Na gut, hab ich halt die vier bekommen. Na, stimmt. Die kommen grad noch so da herpaktiviert. Und die auch sind sehr... Ach ja, genau. Ach ja, Lenn. Kannst du mal ein bisschen weiter weg von den Teilen gehen? Dann kommen sie vielleicht auch nicht. Dann kommen sie vielleicht auch nicht. Du bist am nächsten dran von den Teilen. Du bist am nächsten dran von den Teilen. Ja, aber trotzdem noch... Jena war auch nicht weiter weg. Da war trotzdem noch genug Platz oder so. Ja, und Martin muss wieder seiner Lieblingsgeschäftigung nachgehen. Will Schweine töten? Äh, ne, hier sind's mit Landatwechsen. Schade. Will Schweine gibt's hier nicht so. Oh, jetzt macht der doch. Oh. Dann mach ich mir noch Pappkorn und Käpf Äpfel rein, so. Dann hab ich sowieso schon drin, von daher. So ist doch nicht wahr. Wenn wir schon so was machen. Ja. Wo ist der Gral? Wo ist die Rüstung? Ich mach noch ein mysteriösen Herbeirufstein, ne? Nein. Doch, was kriegen wir? Was kriegen wir? Toll. Ein Quedlwurf. Ein Quedlwurf. Genau, ein Quedlwurf. Ein Quedlwurf. Ein Quedlwurf. Spoiler. Oh. Stimmt, ihr, wie die... Das war doch... Das ist doch ein Paraboss irgendwo ein auf dem Norden. Den könnte man auch mit Aayla genau finden. Ah, ja. Quedlwurf, weißt der. Ich geb' dir gleich Quedlwurf. Ehrlich cool. Ehrlich cool. Gip, gib. Gip, gib. Ja, nur dass Quedlwurf leider ein Krieger hier ist. Du und Quedlwurf. Na ja, auf den Norden ist der eigentlich auch ein Krieger, glaub ich. Nur der Boss ist ein Paragorn. Ja. Ja. Der aber auch im Nahkampf kämpft. Warum auch immerhin Paragon im Nahkampf kämpft. Hatte der nicht sogar kein Touchfest? Kein Touchfest? Weiß ich nicht. Den, 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 den. Ich weiß nur, dass das... Ich weiß nur, dass das... Ich weiß nur, dass die Droprade scheiße war und das sowieso nichts gebracht hat. Ich komm' runter. Oder wir gehen nach Scheiß drauf, Piotkin. Obenrum. Wenn wir eh schon mal hier sind. Eigentlich könnten wir das Teil auch stehen lassen. Ich meine, das läuft uns ja nicht hinterher oder so. Oh doch. Es wächst uns hinterher. Weißt du, eine Pflanze? Nee. Ich hab jetzt fast erwartet, dass Martin jetzt zum Geisterhelden durchrennt. Ich auch irgendwie. Bin ich auch. Musst aber langsam durchrennen. Ich musste auch eine Splittermine aufheben. Ihr gebt dem Geisterhelden die Splittermine. Dann kann man bestimmt was sagen. Geht's halt. Level up. Geht's halt. Geht's halt. Heute schon gezahlt. Spaß nicht, ihr Kind. Hoho. Ah, Minotaurus. Ich laufe im Kreis, der ist verwirrt. Minotaurus wurde verwirrt. Hat sich das verletzt. Hoho. Das ist, wenn Kinder auf Pokémon hängenbleiben. Ich mag halt Pokémon. Muss ich den Stein abgeben? Das ist so schön. Du musst ihn abgeben. Verdammt. Wir müssen ihm sogar drei geben. Scheißgieriger Wichser. Ah, ich weiß schon mal was. Ich kann ihm eine geben, das ist aber auch alles. Womit er mit einem kleinen Zauberfläckchen? Scheiß drauf. Scheiß auf den Typen, Mann. Die Kassel können wir auch selbst auf das Bundesstelle stellen. Den können wir auch schnell umliegen. Dann kriegen wir erstmal einen ewigen Bogen. Wie hieß der Typ? Torei Oster oder so, ne? Torei Oster. Torei Oster. Night 4 Story Spoiler. Die andere. Warum? Bonus-Messor-Spec-Story Spoiler. Meinetwegen auch das. BMP könnte ich an sie auch machen, mit MLP. Hm, könntest du. ich will ja mitmachen, aber es ist ja Solo Mal sehen! Da musst du aber auch alle Bonuse für... Ach, leg mich! Ich hab die Mission einmal durchgemacht, auf mehr, ich hab keinen Bock! Hier von wegen der Kunden und klar! Und alle Verstecker für Grandfid? Ich hab jede Mission einmal durchgemacht, dann bin ich einmal Wiesens Buch voll ab Hm Kehrt mit den Scherben zu, dann wird das Ritual... Ich kann doch nicht reden, ich kann doch nicht reden wie der! Dann wird das Ritual... Nein, okay... Ich hab den Sound... Ich auch, ich auch, ich weiß es eigentlich gar nicht! Nehmt schon weit durch, wenn das Ritual begonnen hat, so kann man es nicht mehr stoppen! Was? Ach nee... Wenn ich nicht alle drei Stücke habe... Ich hab den Sound... Ich hab den Sound... Ich auch, ich weiß es eigentlich gar nicht! Was? Phil, das hat sich gerade angehört, wie... Ich rauche seit 63 Jahren Kette und... Du bist Arsch! Zappenloch in meinem Hals, ne? Boah, der Kerl hat geredet! Da kann man nicht ewig reden, ey! Gott! Ähm, wo sind die? Ich weiß es! Ich weiß es! Gehen wir das links nach rechts rum? Erich weiß es! Erich weiß es? Okay! Oder auch nicht! Lauf er vor! Ach genau, hier... Ah genau, bei der Mission gibt es irgendeine, ähm, Elite-Fertigkeit für'n Ele... Irgendwas Luftmagiemäßiges, glaub ich... Ähm... Ja, hier in der Wüste gibt's sowieso, also die... Diese, ähm, vergessenen Bosse, die haben auch die gleiche Fähigkeit neben dem Mastion. Ah genau, der... Oh, der Mensch-Boss mit Worte halt! Ohhhh! Oh nein! Warum hab ich kein... Siegel der Erbeutung! Oh verdammt, hätt ich gleich die Quest in den Löwenstein nehmen können! Verdammt! Warum sag ich auch nicht mehr? Hätt ich ein Siegel umsonst gekriegt und ne Elite-Fähigkeit! Was gab's für Waldi hier nochmal? Hast du noch keine Elite-Fähigkeit? Natürlich hab ich ne Elite-Fähigkeit! Hätt ich zwei! Was gab's für Waldi nochmal? Ich weiß es nicht mehr! Aus dem Krieg ist für die Elite-Fähigkeit sogar noch Geld dazu, weil ich die Quest beende! Wann ich jetzt gelogen? Was haben wir noch einen Elite-Siegel? Also noch einen Siegel? Keine Ahnung, hab den lange nicht mehr gemacht! Dina ist tot! Ich will die retten, aber irgendwie... Mox steht im Weg! Mox steht im Weg! Der Zauber kommt nicht durch die Duft an Mox vorbei! Ne, ja, aber ich hab Touchw�s! Ich hab nicht gelöst, das... Ich hab nicht in den Siegel, das... ...nehmen... Ja, mach den Mox auch noch mit, Joanna! Das auch, nein! Will ich nicht! Müsst' wir den별로 nicht sogar machen? Nein, müssen wir nicht! Wir müssen nur die Kristalle holen! Ich mag den trotzdem! Oh, blind! Gut, dass Liener Schutzgeist mit hat. War sie jetzt ironisch? Nö, das war positiv. Achso, es geht ja von ironisch, das ist positiv. Ja. Das war gut gemeint. Der Heise, der Haie, hab ich schon vergessen. Azusa, könntest du ihn bitte angreifen? Danke. Ich will euch ja nicht nerven, aber wir spielen noch Zeit. Eine halbe Stunde, das reicht, glaub ich. Ich glaube, dass deine Erde in den Festplatten voll ist. Nee, es müsste von halb Stunden reichen. In 29 Minuten 59 Sekunden. Hört's auf. Kurz bevor wir die Mission beenden. Ich verschleudere mein ganzes Mana an diesem Scheiß-Match. Ja, will die auch heißen. Moment. Ja. Ich hätte auch übernehmen können, weil davon wieder ein Boss, dass man sie wieder fertig. Ach, Raum. Mein Minie. Ich muss dazu erst mal heilen. Oh, lass die Minie doch mal in Ruhe. Nein. Umfg. Aha. Mir ist es irgendwie am liebsten, wenn wir die Ohne, die da oben kriegen. Mox. Soviel dazu. Das ist alles. Umfg. Und wieder blind. Sterb durch Splittermine. Ich hab grad die Maus gesucht. Eigentlich lohnt es sich fast schon gar nicht mehr Lina zu halten. Kriegt so viel Schaden. Warum? Ah, scheiße. Mann, Chaos. Lina hat die geringste Rüstung von allen hier. Macht Sinn. Irgendwie muss der Spoilern nach Kanter gehen. Was soll das damit tun? Keine Ahnung. Ey, was hat das mit Spoilern zu tun? Es ist eher so Leute, die sich Helden holen gehen aus. Wobei, was sind Helden? Mox ist ein Held. Ja. Mox ist ein oller Roboter. Ja. So, wo war der Typ für den Bonus? Der hat so in so einer Ecke gelegen, in so einer Spalte. Ich weiß auch wo. Ja, die sind alle in irgendwelchen Ecken. Das ist sehr hilfreich. Ich weiß, wo da eine ist. Der ist genau in der Link. Ich hab irgendwo hier links lang, musste man. Der ist in der Spalte. Da in der Richtung. Nicht, dass du denkst, Martin. Nicht? Nein. Ah, genau. Priester, Helmut. Helmut? Helmut. Helmut. Wie ist der Helmut? Helmut. Helmut, Dieter und Heinz-Georg. Helmut. Da waren sie wieder zu Foul zu übersetzen. Ja, tatsächlich. Eigentlich musste er Hemn-Nuss heißen. Twist-Hemnut. Wollen wir das versammeln? Warum hat er eine Splitter-Mine? Wer hat denn ein Kristall? Ich hab kein Kristall. Warum ist der Schädel von dem Typen so groß? Wer hat den Seekristall mitgenommen? Keiner. Niemand. Oh. 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 Muss der Wald jemals allein machen. Das ist ein Supername. Ush Wigta. Ush Wigta. Ush Wigta. Ush Wigta. Was ist denn der Kristall? Warum ist der gerade nicht vorbeigelaufen? Ach, hier noch um. Ush Wigta. Bis ein Ush Wigta bist du. Ah, ist das schön. Ist das so sinnvoll, als weil die den mitzunehmen? Wenn es kein anderer macht. Was? Ich lauf doch schon hinter dir her. Was ist ein Vergesiegel? Was ist ein Vergesiegel? Nein, der muss eine Splitter-Mine mitnehmen. Dann kommen wir nicht weit. Was ist ein Vergesiegel? Was wollen wir vergessen, ne? Das Gegenteil vom Erinnerungssiegel. Ha, ha. Heute sind wir aber lustig. Irgendwie schon, ne? Wir brauchen wir so viel. Was. Na, ne? Hä? Irgendwenn ja alle Akku. We spawn! We spawn! We, der Wee spawn! We see spawn! Mein Wee is is spawned. Na klar. Wenn man spawned killing, mein Ding. Der Wee spawn. Das sieht sehr aus, wie... ja, das Neue erweitert und so we use spawn. Ja, klar. Das wäre klar. Prozent wie man am besten Sport das Riesporn der Lenz Bord die Bühne der Lundern den Räumen an der Ausführer an ihren hier und dem der Verhältnis könnte das wird lauf weg Schwellenhof abwürdigow ich bin verkrüppelt ich kann nicht laufen Kruppel Knödelhof die Flüchtlinge der Knödelwolf Knödelwolf er wollte da lang oder wollen wir den freigemachten Weg zurücklaufen ach scheiß auf jeden wir holen jetzt erst mal den Narrenkristall wenn wir jetzt schon mal in der Gegend sind ja muss man sich mal hinlaufen dann checken wir die anderen noch mal aus nahe liegen heute später nie also ich hätte es geschafft auch da kommt wieder oder ist der Scheiße was zur Hölle macht ihr da denn es soll gar nicht laufen durch die Stahlsäure Quiddeldull für die Kürze Knödelwolf Knödelwolf ich glaube ich nenne den Partner wirklich Quiddeldull die Städte warum Quiddelwolf Quiddeldull wie immer Quiddelwitsch die Städte die Städte und warum kriegt ich eigentlich keine Goldies mehr ich hätte du hast zu viel am Anfang bekommen Weißgibiter habe ich keine Goldies mehr gekriegt ich bin dem Diener kurz das darf so nicht ich meine nur weil gleich wer am Boss kommt also dachte ich könnte mal beleben vielleicht nicht aber auch an was wir tun Knödel der Segerstandsdruck drin sein das ist der nächste Kuh in Namen was soll sie ist wo wo sie sich vertreten was er ist halt einfach die Tester zu geholfen werden was das ist ich glaube die Nähe die haben einfach den Kopf über die Tester zu geholfen er haben aber es wird Raffel 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 die Autos der Orten tut weh die eine Nudeln und Hauter Proof er ist jetzt mal und was er will auch nicht mehr Zeit und die Stimme ist er nicht mehr er wir sind so auf die Selle ist zu sagen bestiegen ist nein er wurde der Sattung doch beiden die Fieken ach und von wegen der Nils das ist ausgestiegen 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 für die Außenwahl die jetzt kann ja genau schützen Wette gab es ja morgens was machst du da die Gegner Akrozin nach und ich bin auch sicher wieder auf der Reihe ich ein die Städte für die Erwerbung der Erwerbung gut lässt einfach die zwei Mönche weg nun ist das schon es ist ja auch der Post vor allem er machte allgemein keinen Schaden ach ja sind die harmlosesten Wesen auf der ganzen Welt vor allem die im Hartnod zum Beispiel hier der Salzgestrache da der ist total harmlos oder die Dürre ich hab grad Aufsehener Jesus gelesen True und ich krieg auch nur lila Crab ne, ne, geil ich hab auch nur einen Schlüssel benutze keinen Dietrich naja, was unterfällt, ob man das bedeutet, ich bin auf jeden Fall keine Ahnung, bestimmt aber zuerst das nicht ach, echt BAM du musst eigentlich auch immer nur einen Heelskill raushauen und dann mach ich 234 naja okay, jetzt nimmt einer von euch den Seekristall mit, ich muss ja kämpfen ich hab noch einen, also ich will ihn, ich will ihn, ich will ihn dann nehm ihn so, jetzt suchen wir mal den Typen, der müsste ja aber irgendwie gefällt mir da der Mob voll wir folgen dem, nein, der gefällt mir nicht wir lassen ihn in Ruhe ich folge den gepunkteten Punkten ich würd gern hier langlaufen erregt andersrum weil da vorn sind Nathims-Gebeine Nathims? oh äh, erstmal auf den wer läuft da unten rum? wer wohnt? wer wohnt? mein Navi hat mich hier umgelenkt komm da unten lang? oh, die sind sowieso schon aggro na gut Mox, aggro nicht, auch Mox holt alle? ja, Mox hat Face-Agro also, ich hätt mich vorbeischleichen können wir müssen erstmal den Weisen hier umbringen und dieses Diener wäre Dauertod wenn ich reise, ist es weise mit Wetterbaum auf Wetterbaum wofür wird der Mensch bezahlt? ich krieg Bezahlung? cool, ey gib, gib, gib wenn ich von mir auch du hast mich gerade nicht gehealt, darum kriegst du keine Bezahlung ich krieg Bezahlung in Form einer Rissrüstung ach kennst du Lina, oder soll ich es machen? ok, du machst ich hab gerade deine ich hab gerade deine es war doch so, dass der Erste, der schwarz bekommt ne Rissrüstung von Phil bekommt, oder? wenn die Rissrüstung 50p kostet, ja ja, ist mir ja egal hauptsache ich krieg ne Rissrüstung auch wenn du so 50p bekommst, bin ich glücklich ganz ernst, ich will gar nicht die Rissrüstung haben wenn ich stink hier ja, jeder außer ich da gab's für so ein schönes Video auf YouTube, das wurde aber geblockt eh all 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 9 all all Gib ab Achso, du weißt, du wirst warten, bis der Elis stirbt Gut Mein Util war sowieso schon weg von da Schade Der ist nicht weg, er ist nur wieder zurückgesetzt Ja, aber Fusion Wie funktioniert das denn? Ich spiele die Fusionskarte Das ist chemisch und physikalisch total unmöglich Anfeind ja nicht Noch nie was von Alchemie gehört Noch nie von Alchemie gehört So was gibt's in Guild Wars? Ja, dann hätte ich gerne die Klasse für Edward Elric Also ich wäre lieber Alfons Das hätte bestimmt mehr Rüstung Wie lange wollten wir für dritte Missionen brauchen? Zwei Sekunden Dann müsste ich mich erstmal gucken, wie viel Platz ich jetzt noch hab Also wenn wir jetzt unbedingt noch die dritten, könnte ich auch machen Das Uploaden dauert nur zwei Stunden Jetzt guck ich erstmal nach, was der Mönchboss für eine Elitefähigkeit hat Worte Heilung Gut, dann geh ich jetzt nach Löwenstein und tu mir den scheiß Quest Okay Wollt ihr mitkommen? Nein, wollt ihr nicht? Tschüss Ne, Schützenwerte muss ich nicht erbeuten, hab ich schon Und beim Krieger gibt's Was gibt's für einen Krieger? Levenstein Hab ich vergessen Gucken wir, was ist im Armschutz drin? Der überlegenen Sehensammlung Scheiße Okay, dann pausiert nochmal kurz Guckt nochmal nach Und ansonsten nimmt ich ihn jetzt auf Weil ich es dann mal acquiere Und dann müssen wir uns dann mal wieder